Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sir Henry. Der Sir Henry ist ein schöner Cocktail mit harmonischen und fruchtigen Aromen. Er passt sowohl in den Sommer als auch in den Winter. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Calvados 2cl Pfirsichlikör 3cl frisch gepresster Orangensaft Champagner 1 Stück Orange, Cocktailkirsche, Eiswürfel Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas, Cocktailsspieß Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben Calvados, Pfirsichlikör und Orangensaft hinzugeben Alles gut shaken In ein Longdrinkglas abseihen Mit Champagner auffüllen Mit einem Stück Orange dekorieren Die Cocktailkirsche auf einen Cocktailspieß stecken Den Spieß in das Fruchtfleisch der Orange stecken Sofort servieren Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Diese Varianten gibt es Statt Champagner kann man auch einen trockenen Sekt verwenden Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit Zubereitung Das ist ein Kostad Das ist ein Kostad Die Zubereitung Untertitelung des ZDF, 2020